Dies ist die Geschichte eines gewöhnlichen Mannes, dem es an nichts fehlte. Barker war sein Name. Benjamin Barker. Bis ein mächtiger Mann ihm seine Freiheit raubte, seine Familie zerstörte und ihn in die Verbannung schickte. Möge der Herr Ihrer Seele gnädig sein. Bis an sein Lebensende und durch seinen Schmerz wurde er zu einem anderen Menschen. 15 Jahre träumte ich davon, zu Frau und Kind zurückzukehren. Benjamin Barker. Nicht Barker, Sweeney Todt und der übt jetzt Vergeltung. Wo ist meine Frau? Sie ist tot und er hat deine Tochter. Richter Turpin. Du musst jetzt mit all dem abschließen. Nein! Verzweifelte Situationen verlangen nach verzweifelten Maßnahmen. All right! You, sir! No one's in the chair. Come on, come on! Sweeney's waiting. I want you, Bladers. You, sir! Two, sir! Welcome to the grave! I will have vengeance, I will have salvation. Ich garantiere die glatteste Rasur Ihres Lebens. Möge Gott dir wohl gesonnen sein. Du bist völlig verrückt. Zweifellos haben mich die Jahre verändert. Rasur gefällig. Endlich ist mein Arm wieder vollständig. Es ist ja alles schön und gut, aber was machen wir mit ihm?